Hey my Cuties, Cuties, Cuties und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute gibt es mal wieder einen Zuschauerwunsch, den ich heute nachgehen werde. Und zwar nämlich Slow and Fast Tapping. Tapping, 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 Slow, 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 Fast, 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 Tapping. Ich habe mir mal ein paar Gegenstände rausgesucht, mit denen ich dann langsam tappe und auch etwas schneller. Es wird noch ein Video geben mit Fast Acclusive. Aber mal schauen, wann ich dieses Video dann drehen kann. Dann lege ich mal gleich los. Und zwar mit dieser Creme Dose beginne ich einfach mal mit Slow, langsam. Also langsam ist Tapping. Ich wollte Ihnen meine Kürnischarfe, das ist auch wichtig. Ich meine, ich bin ein Vater wieder. Ich bin ein Harrison und ich bin ein Uncle Hermann. Ich bin ein Icke. Ich bin ein Ei. Ich bin ein, das ist gut. Ich bin ein Icke. Du kannst du in ein Blöken, ich bin ein Bein. Das war's für heute. Vielen Dank. Und jetzt fast, also schnelles Stepping. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, let's go mit Slowbiddle. 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 Ich mag ein Liebheit essen. Wobei Slow entspannt mich ein bisschen mehr. Langsam Stepping geben. Hochbiddle. Okay. Und jetzt Fast 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 Und jetzt Fast Tapping Fast 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 Und jetzt kommen wir zu Fast 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 Das war's für heute. Dann hätte ich hier noch ein Nintendo DS-Spiel, ein uraltes Spiel und das wäre nämlich Geheimakte Tunguska, schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt, aber früher habe ich dieses Spiel abgettisch gefeiert. Das ist so eine Art Click-and-Point-Adventure-Spiel, da stehe ich einfach total drauf. Genau, und let's go wieder mit Slow Tapping. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt geht's wieder weiter mit Pass-Tapping. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt gibt's Slow Tapping auf dem Buch. Dieses Buch habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt und habe es auch schon gelesen. Das ist nämlich ein Buch von Battista Cappaconi, wenn man sprechen mag, Karl und ich. Die Geschichte einer besonderen Freundschaft, also über die Stilikoniker Lagerfeld, die leider nicht mehr unter uns ist. Ja, aber ihn mochte ich als Person gerne. Also, ich habe mich damals so für sein Leben schon sehr interessiert und dieser Battista Cappaconi ist nämlich ein ganz guter Freund von ihm gewesen und er hat dann dieses Buch rausgebaut. Das war's für heute. Das war's für heute. Slow Slow, Slow. Slow, 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 Timmy. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt das Tippling wieder. Dann kommen wir zum nächsten Gegenstand und zwar nämlich diese Einhornlampe. Die kann nämlich die Farben wechseln in verschiedenen Farben und die schalte ich einfach mal ein, weil so wird es ein bisschen langweiliger aussehen. Ich denke, wenn sie dann bunt wird, diese Einhorn, dann wird es bestimmt toller sehen. Deswegen schalte ich sie ein paar Mal ein, auch wenn sie es nicht so doos dreht, trotzdem finde ich es einfach total cute, sie einfach anzumachen. Und wieder mit Slow-Tapping beginne ich. Und sorry, immer wieder für die Hintergrundgeräusche. Es hat gerade ein Kind hier irgendwie blickigen Krabben geheult. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Aber jetzt geht's wieder schnell los. Vielen Dank. 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 Weil, Und das war's auch von Danke. Danke, 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 danke. Ja. Ja, ich beendet, okay. Und das war dieses Video. Und das war,